so hallo und herzlich willkommen zurück ich weiß jetzt gar nicht mehr wie es funktioniert zu fafafel simulator 328 hier brennt irgendwo ein feuer und lass mich raten es regnen aber klar ich weiß nicht was wir machen kann man das nicht irgendwo her also ich beträger leise man hatte auch wieder in japan kann das sein aber warum haben wir ein anderes auto ob irgendwas passiert wenn wir hier voll haben alles so wir können auch ich weiß nicht ob man so so aber gar nicht mehr mann mann voll auch nicht mehr so 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 wo ist der sitzen die nein draußen jod kommt doch rin mann was ist denn palafelkult trink mann nein oh da hat die balle ab hier mann so so hier hat hier so wo hier Und Humus. Humus ist da. Ah, jetzt hör doch mal auf hier, Mann. Ich muss hier arbeiten. Mann. Ich geh doch auf den scheiß Teller drauf, hier. Sollt ihr? Salat. Okay, Leute. Ich lasse jetzt erstmal den Müll da sind, da können keine Gäste erstmal. Ähm, weil ich erstmal Flavafil hier noch machen muss, dann... Alles, äh, wie ihr seht, geht das hier weg mit Baumsemmeln. Ja, halt doch die Fresse da draußen, Mann. Ja, hier. Das war 151, haben wir. Ich weiß gar nicht mehr wie Steven hier. Danke. So. So. Alter. Siehst du nicht, was ich hier gerade zu tun habe, du Penner? Und deine scheiß Bestellung, Alter. Was willst du? Bist du bekloppt oder Birne oder... Haben sie hier ins Gehirn geschissen, Alter? Salat auch? Oh Gott. Das ist halt nie und nimmer in der Zeit, du Wichskopf, Alter. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier laufen muss, du. Ja. Zieh dich, Alter. Zieh dich einfach mit deiner scheiß Bestellung hier, du Wichser. Verzieh dich. Verzieh dich. Danke, du Wichser, du Elender. Oh, die Spinnerlamsamen, Alter. Oh, die Spinnerlamsamen, Alter. Das ist ein perfekte Dumpf. Mann! Wichser! Mann! Mann! Zutat Zutat das wird nur und hab schon kein bock mehr Alter, das gibt's doch nicht, Alter. Ja, was willst du denn? Zack, das haben wir schon mal. Zack, äh, Kultbring. Mann, bleibt doch jetzt mal oben, du Ficker, Alter. Dieser Scheiß-Trink, ey. Was noch? Faul. Hör man denn nicht irgendwo? Ich hab da mitbestellt, Mann. So. Hä? Focken Salat, verpiss dich. Oh, Mann, Alter. Zieh dich mit dem Scheiß-Ding. Lauf doch, Mann, bist du besoffen? Scheint ja, ey, Hohenbock. Hä? Mann, die Tür zu! Mann, du hast es doch voll verrückt. Mann, was? Ja, krieg doch immer die anscheinende Scheiße, Mann. Was ist denn los? Mischst du unten jetzt? Humus Salat? Salat Ja, schieb den runter, du bist so ein Honk, Alter! Entschuldigung, ich mich aufrege, aber diese Scheiß Steuerhogen hier, so beschissen hier! Humus ist so faul! Ja, mein Gott, Leute! Hier, ab der Zappel ist so faul! So, stellen wir den mal faul noch ein paar Mal! Okay, erstmal drohe, das ist eben, ähm ... 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 mann ja verzieh dich die heute meine fresse alter so ein rot spiel eigentlich um feierabend hier besser ja 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 Bis zum nächsten Mal. So, das sind die letzten Kunden. Alter! Alter! Jetzt will ich mich eigentlich verarschen. Ich nehm mal das runter hier. Mann! Mann! Was mag ich denn sein? Mann! Mann! Das ist es! Jetzt verzieht euch hier. Das ist ja nicht mehr normal hier. Nicht mehr zu essen. Schnauze Schnauze Ah, die Fresse. So, jetzt wird es gespeichert. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.